Uta, Platz 3, toller Preis, was ist es? Eine Woche irgendwo zu Kumbach, ich weiß nicht in welchem Hotel, aber es ist ein super Heilfasten-Hotel! Eine Woche Heilfasten, da hat es sich gelohnt, oder? Natürlich, man sieht es mir auch, oder? Ich habe es nötig! Ein Resümee vom Abend aus deiner Sicht? Ja, also eigentlich alles, was ich wählen habe, ist die drei Lieder zum Singen, das habe ich dürfen und es war sensationell cool! 2. Platz, wie soll es für dich sein? Das ist toll! Es ist wirklich toll! Es ist unglaublich! Ich weiß ein Wort in Deutsch! Nein, wirklich! Ich habe mich wirklich genutzt! Es ist eine sehr gute Organisation, sehr gute Sound, sehr gute Licht, sehr gut alles! Ich habe wirklich genutzt! Es ist eine sehr gute Publikum! Ich hatte nicht so viele Fans hier, weil ich nicht so viele Leute weiß. Aber jeder war glücklich! Ich habe es wirklich genutzt! Vielen Dank für uns diese Möglichkeit! Samantha, die große Siegerin, Platz 1! Was ist das für ein Gefühl? Ja, kann ich nicht sagen, weil ich damit noch gar nicht gerechnet habe. Ich habe es wahrscheinlich erst morgen mal so realisiert, dass ich gewonnen habe. Es war die Nacht mal ein Bier! Aber du hast das nicht zum ersten Mal gemacht, oder? Ne, also ich habe früher schon bei so Karaoke-Wettbewerben mitgemacht und in der Band habe ich auch schon mal gesungen. Welcher Song hat dir von den drei am besten gefallen? SEDC, das ist klar! Ah, und der Plasma-Fernseher, der steht ja auch noch aus! Platz dafür überhaupt? Ja, da muss ich einen Fernseher rausschmeißen! Ich will schon Platz machen! Okay, dann viel Spaß mit Plasma-Fernseher und noch einen schönen Abend! Dankeschön!